hallo leute und herzlich willkommen zurück bei softpark die rektakuläre zereistprobe und danke kyle nein moment wie heißt er danke noch mal wegen der sache mit meinem dad kein problem mehr stan nein fuck jetzt jetzt weiß ich nicht mehr den einfachsten namen wunderte und professor chaos moment kann ich ihn ersetzen doch mysterium so kann ich seine fähigkeiten mal der von namen betrachten moment ich kann sie durch alle ersetzen nee ah ich sehe schon wer gesperrt ist und wer nicht aber sie könnte ja gut was wollte ich weißt du dass du für ein jung ziemlich hübsch bist danke moment was wollte ich nein nicht verbündete charakterbogen verbündete okay wo ist du schön stand da ist was denn ja sein vater heißt randy sorry falls ich nicht ganz bei der sache bin mein dad wurde gestern zu hause verhaftet nachdem bei uns eingebrochen wurde das heißt hier oben kann ich nicht anvisieren und hier bin ich nicht da okay das bringt nichts gut dann gehen wir nach oben was genau müssen wir machen das wurde nicht gesagt oder müssen wir ins altersheim alte leute verprügeln hoffentlich nicht denn alte leute sind meine mein kryptonit hallo ich könnte gerade wirklich einen helden brauchen durch mein nachhilfe geschäft ist ein konkurrent auf mich aufmerksam geworden ich höre die schlampe hol dir deine tracht prügel ab das ist mein blog könntest du kurz vorbeikommen und mir helfen danke der die ernsthaft wir sind ja schon gerade die also stück der die ist das viel gesagt wir sind ja jung sugarzone oder pimp daddy gut wunderarsch du hast alle schnellreitestationen genießt die unglaubliche bequemlichkeit von schnell 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 reisen überall hin das hatte vorher noch nicht ich bin der schnellste in der stadt gut ist gut und da sehr gut und jetzt kippen diabetis ist okay moment was du an meinem seif du hast hausearrest mister einen ganzen monat tut mir leid der neuer hat mich dazu angestiftet er hat einen einen hamster aus seinem hintern geschossen und so einen kurzschluss verursacht ich habe doch gesagt du sollst nicht lügen noch einen monat bist da dachte du bist jetzt immun dagegen ja was ist denn das bitte für eine pimpkarre okay das hatten wir schon mal umgeworfen oder ich glaube ja ähm cutmans haus aber wer ist der pimp daddy da bist du ja daddy das ist also der scheiß nigger arsch der sich hier breit macht ich mach dich fertig und dann greife ich mir die mutti tussi und schick sie anschaffen kapiert hau denn zu halt da oben ach du scheiße wie sieht der denn aus und seine gefährten längst die sieht ja auch so wenn du mein geld haben willst musst du drum kämpfen züchtige diese weiber ordentlich damit sie wissen wer ihr chef ist moine die haben nur diese fähigkeit pimp daddy du siehst süß aus jetzt wirst du die bitch von der bitch bitch verhinder bitch das macht dich jetzt richtig platt was du kaputt machst zahlst du klar gut ey moment hier rüber so au kleiner du weißt wie man eine frau verführt was das lässt du dir gefallen daddy eigentlich nicht ich reiß dir den arsch auf gut deine daddy auf dich wartet ein besserer ort baby ja die pimp hant zeige durch prügel was für ein toller daddy du bist tut mir leid aber was wirst du bitch hey tein ist nicht jetzt erlebst du was arschloch ach ja hey Pfoten weg von daddy ja daddy schlägt dir grün und blau du kleiner bastard bitch das ist meine bitch nigger oh 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 sei vorsichtig daddy keine angst baby ich mach das siehst du kein ding der oberste grunk und zuhälterstärke ich will es gar nicht wissen danke daddy dass du ihm gezeigt hast was ne zuhältersthelle ist lass uns ein selfie mit unserer neuen familie machen ich weiß nicht was ich dazu sagen soll hey daddy zeit für familienfotos und so christel ich will gar nicht wissen kann ich jetzt arbeiten na klar liebes keine ahnung klar daddy ich mach ein selfie schorne scheiße ja geld 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 bitches oh daddy wir werden gut für dich verdienen scheiße ja geld 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 bitches hey mom ja schätzchen was machen der tote pimp und die nücken hier das sind nur dein onkel und deine tanten okay und wunders ich hab dir ein paar süßigkeiten in die küche gestellt okay mom sammel weiter follower wunders ich sag nix dazu okay okay gut bei mir ist es im moment auch schwarz also ein bisschen rüber ich würde so gern ein foto mit erics furzendem freund machen äh ja ich bin dein neuer daddy also danke nochmal daddy kein problem baby mal sehen wie es heute läuft vielleicht brauche ich dich später nochmal mein kleiner superheld ähm ähm die sagt nix die nächste ich weiß gar nicht wo ich bin einschalten ich hab keine ahnung wo wir sind ich versuche irgendwo ah gott sei dank hab mich raus manövriert hu okay hier drin ist nix neues gut es hätte sein können oh hallo meine kleine oh ich freue mich so wieder zu arbeiten vielen dank kein problem ah ja okay die sind jetzt alle weg hm moment gab es vielleicht hier oben irgendetwas neues aha die zeitmaschine und sonst nichts gut terence und philip und hier hätten wir auch wieder nichts neues gut dann können wir gehen und ich weiß nicht was ich noch immer dazu sagen soll äh okay keine keine mädchen erlaubt okay hier hat sich nichts verändert der weiber look ist eigentlich seit den 80ern total out aber wunderart steht es irgendwie aha wie ist die stimmung bei den freedom pals was geht sie haben der kunstor wurde aktualisiert du solltest vorbeischauen ja sie haben ein paar neue sachen her gemacht rezept aha aha wie 247 äh 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 entbindend ja wir kaufen uns einfach mal weil wir gerade ein bisschen eine geldsträne haben was macht ein freedom pal im kuhnversteck raus mit dir okay raus jetzt freedom pal los wie hart du klingst sehr überzeugend Cartman oh wolltest du eine andere geschichte ausprobieren äh 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 vielleicht mit ihm ah foto wir haben noch kein foto kein problem schließlich hast du mich von den raisins girls gerettet juhu ah kleid sehr gut mach ein paar filter drauf da sehen wir cooler aus ja du arbeitest undercover schieb dein Arsch hier raus ja und hier solltest du nicht die freedom pal infiltrieren na los ja bin gerade dabei viel Glück Arschlund war schön dich kennenzulernen okay gut nachdem wir das hier gemacht hätten und das mit dem Pimp ich weiß nicht was ich dazu sagen soll hm und was ich kann mal ein Foto machen war das Haus hallo mein Freund ich helfe dir gern mit meinen Sidekick Fähigkeiten wenn du möchtest Professor Chaos gehört jetzt zu deinem Team dann sind wir auch Freunde ja aber da steht naja ich meine Professor Chaos wuhu doogie doogie hauser das war mal ein ach genauer ich seh dich auf Instagram ja gerne doch gut wir haben ein weiterer Dings geschafft ein weiterer Erfolg wir können jetzt nach oben gehen und dank unserem wunderschönen gestellten Körper können wir unsere Sachen hier nehmen dreckiger Candy Hair oh tonnenweise Schrott Moment Crafting Rezepte Atomkreuzer da fehlt der erste Teil Moment äh nasses space tag modell nasses space tag bedeutet hm ausgerüstet machen wir einmal sowas und einmal sowas damit wir von beidem eins haben gibt es irgendetwas das wir noch machen müssen nein höhere Stufe bedeutet gar nichts hm was haben wir hier nichts neues bis auf die Kerch des obersten Crunk gut und hier haben wir eine Zeugte von den Dingern ne wie behalten es ah hier kritische Schaden Bonus bei Gesundheit Bonus bei hm hm ok äh gut und jetzt Pimp Stärke oder ja äh ne Zuhalter Stärke gut perfekt dann kriege ich ein bisschen Hirn dazu hm noch zu laut sagen Karate Bogen wir haben einen weiteren Titel oder Messer Influencer äh um der den nächsten Titel zu verdienen gut so also was müssen wir schon wieder machen ach ja zu Schule gehen gut voller Kraft voraus schnell lauf kleiner lauf komm mir vor als würde ich schon drei Jahre auf diesen Bus warten ja das sind so Anspielungen denn das ist ja hey willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen äh nein danke aber gut das sind so Anspielungen weil der Boss DLC heißt sollte der Boss nicht im Dezember kommen und so weiter und so fort also ab zu Paartherapie gut mhm okay das ist das Community Center und nicht nicht das was wir hin wollen wir wollen zur Schule und nicht zum Community Center gut oh hey du die Jungs und ich machen in der Sporthalle Therapieübungen kommst du hin mh ja ab in die Sporthalle die Sporthalle ist aha Jim Sporthalle mh Moment okay da ist nichts drin hey Neuer komm rein und setz dich okay wir haben hier einen kleinen Disput okay Craig und Tweak wollen die Therapie nur machen wenn du dabei bist Neuer okay also Craig was möchtest du Tweak sagen ich glaube er sollte eher mir was sagen okay okay Tweak willst du anfangen wenn er so zickt hab ich ihm nichts zu sagen okay okay Neuer magst du dich dann vielleicht dazu äußern okay das läuft nicht gerade gut okay Jungs wie wär's mit einer Übung ein paar Kinder unterstützen uns dabei bei einer Therapie müssen wir müssen wir erst einmal unsere Verbitterung loswerden okay also raus mit der Verbitterung komm mal her komm her Verbitterung okay und in einer Beziehung haben wir auch noch Erwartungen okay denn Erwartungen führen zu Verbitterung was natürlich Vorwürfe mit sich bringt kommt mal raus Vorwürfe okay und das alles endet natürlich in Quälereien und Abschottung ihr müsst also lernen das alles zu überwinden okay seid ihr bereit fertig haut ihn aufs Maul da sind sie Tweek Craig prügelt ihnen die Scheiße raus du auch Neuer besiegert die Kinder aus der Therapiegruppe ja aber was das wird ein heißer Tanz nicht wirklich ich tanze nicht aber lass uns boxen hau rein Neuer gut ähm ich kann das hier benutzen um ihnen ernsthaften Schaden zuzufügen was ist der Erfenlehrer okay Moment wenn ich hier und perfekt wundert mich äh Mikroaggression schlag ihn ja rühle ihm die Scheiße aus dem Leib nix gegen Tauben du das sind äh empfindsame Wesen gutes Gefühl was ich glaube er meint nicht diese Tauben noch ein weiterer Vorwurf üblich er fragt wird man nicht so einfach los es gibt immer noch mehr was oh Gott ihr müsst zusammenarbeiten wenn ihr alle Erwartungen eliminieren wollt okay Tweak er hat recht hä wir werden diese Erwartungen und alles andere nur dann los wenn wir es zusammentun verstehst du Craig Craig lass es uns tun ähm das Wetter schlägt um okay äh gut ich glaube das ist das Beste wenn wir hier machen das war wundervoll Jungs jetzt mach den Rest fertig okay ähm ja von mir aus ähm ich hab genug von dem Kack aha ich weiß nicht wie schreckt dir das Abschottung meinst du ich weiß nicht was ich dazu sagen soll hier kommt Abschottung danach geht's keinem mehr gut ja hey lass dich in Ruhe keine Panik Tweak gut ja sehr gut und hier zack tolles Teamwork Super Pals du hast gewonnen Triumph des Herzens Charakterbogen von Super Craig und Charakterbogen von Wondertweak und Geld 19 Dollar wo nehmen die das alles nur her geht's euch nicht besser doch irgendwie schon mir auch okay kommt jederzeit immer wieder wenn ihr Therapie braucht okay das war's dann danke für deine Mithilfe neuer ja fickt euch Erwartungen danke wunderarsch es liegt noch viel Arbeit vor uns aber wir wollen es beide versuchen komm Craig ich hole deinen Laptop es ist unser Laptop Tweak du scheiße Erwartung was ist das für ein Lehrer gut steht er jetzt einfach wieder auf was hatten wir alles in dieser Folge der Pimp Kampf und dann auch noch verdammt ich weiß gar nicht was ich als Thumbnail nehmen soll der Pimp in dem man eben die Pimpfresse eingepimpt hat oder oder genau das was wir gerade gesehen haben ach es gibt so schöne Bilder dafür ist es Zeit für Blitfreak fast wir müssen zum Altersheim oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Dankeschön mein Freund Dankeschön gut das wird ein Problem sein denn unser Kryptonit ist alte Leute und ich bin da ja ich bin da hallo Leute hör mal das ist eine sehr wichtige Mission bist du bereit dafür na klar äh wir sind zur gemeinnützigen Arbeit hier oh toll alle mal herhören hier sind ein paar Kinder um uns ein Ständchen zu bringen okay ich spiel gern auf der Triangel die Triangel macht und wenn ich einmal traurig bin dann macht sie einfach das macht mir Mut das macht mir Spaß runter von der Bühne die Mandoline die Mandoline spiel ich auch und bei der klingt das ich spiel gern auf dem Flügelhorn das Flügelhorn macht ich spiel gern auf dem Flügelhorn das Flügelhorn macht was wenn ich einmal traurig bin dann macht es einfach das macht mir Mut das macht mir Spaß das was keine Ahnung wie lange muss ich das noch machen Moment dieses Kind da ist der furzende Selbstjustizler aus den Nachrichten Hä das ist das Kind das mit den Drogen in der Stadt aufräumt der Selbstjustizler will unser Paracetamol was hä was niemals entkommen aus Sadie Agris so viele angemessene alte Leute oh man wir müssen zum Ausgang Freedom Pals gut entkommen aus Sadie Agris ich bin wieder da noch nö nicht der oh scheiße was macht er denn jetzt ja gute Nachricht ich hab einen Schild ok ciao oh man Superhelden sind super was oh man bin ich dran gut deine Fähigkeit der Tötung ah verdammt ok wenn ich es so mache ein Sturm zieht auf ja voller Sturm geladen Schmester den Defibrillator ja verdammt dann müssen wir wohl oder übel das einsetzen hier stirbt ja das schaffen wir Leute ok der alte Mann greift an was was war das ich war früher mal Nonne ihr Wichser macht euch auf Schmerz gefasst das ist nicht gut gut wenn ich es so hier runtergehe und schürt aus Chaos Volt oh hey wie wäre es mit ein bisschen Respekt vor dem Alter Ziel erpasst ok ähm das schießt ok wir platzieren es da feuer ok das gleiche wie wir hatten los jetzt ok das bedeutet nicht viel äh nein hat nicht auf dem neuen rum unsere Überlebenschance beträgt 90,6% nein verdammte Scheiße es kommen immer wie mehr von denen gut gelangen zum Ausgang ok wenn ich das hier so anwende trifft es nur einen wenn ich es so mache trifft es beide bam ich mag wie du Chaos stiftest oh nein oh ja CD-On-Power oh 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 äh äh manch ich hatte ganz vergessen wie ein tauriges aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals nein lass das sein Feind am Boden Zeit für meine mächtigste Waffe den Hammer des Chaos ja das würde ich gerne machen aber das trifft zu wenige mhm dann setze ich halt äh das hier ein das ist nicht gut für die was habt ihr davon wenn ihr euch mit der Shady Acres Bande anlegt ok mal sehen was haben wir mhm 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 ist das Platz tauschen oh fuck er hat sonst keine Fähigkeiten ernsthaft zumindest keine Nennenswörter ok oh Gott ja schock sie alle zu zu Boden wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen so hier und nein hier verdammt damit treffe ich niemand aber er kann mich heilen ich hab genau das Richtige ah dankeschön so wenn ich das hier einsetze dann stirbst du Aggressor neutralisiert Tupamec wird gestartet ok Tupamec gibt den Besses Tupatornado aktiv prügeln sie ins nächste Jahrhundert sehr gut verdammt der ist zu weit weg Zeit abgelaufen und es explodiert der hat nur geblockt ernsthaft wie viele von denen haben die so treffe ich nein ich treffe nicht alle aber ich treffe die da die da hier oh mein Herrschrittmacher spinnt ja vielleicht von hinten kommen noch welche ja das habe ich gerade gesagt sehr gut hier Messerschlitzer ich brauche meine Tabletten oh nein die kommen noch mehr da kommen noch mehr von ihnen verdammte Scheiße so hier Tupatornado Warnung geschieht dir recht du Arsch ja sehr gut immer noch bluten ja du bist jetzt bluter wer ist noch mehr da kommen noch mehr von ihnen oh nein ich will gerne wissen was das ist um dir Anstand einzubläuen ok wenn ich da so rübergehe gut schockierend was ja perfekt das ruiniert mir doch nur wieder die Friseur äh ok neuer hier rüber und Bansch hinweg Topamec Upgrade bereit so verdammt nein 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 das kann nicht gesund sein gut ich werde dich bestrafen wir 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 müssen gehen oder trifft es ja das trifft ja nicht von Weitem die Unterhose von dem möchte ich nicht sein oh nein ähm das trifft sie nicht das auch nicht LB ich dachte wir müssen hier raus aber gut äh warte wenn ich einen Heiltrank benutze wieder Belebung Wunder Tweak steh wieder auf mein Freund vielleicht ich sterb gleich so butters steh auf steh auf mein Freund tut gut wieder am Leben zu sein bist du der Nächste gut gut wenn ich hier so angreife dann sterben die alle sehr gut nicht nicht schlecht war das boah hier kommt topperdose gut gut aus sicherheitsgründen so wenn ich butters hier weg hole sehr gut denn der hat nicht mehr viel Leben und du hast jetzt deinen Schutz oh Gott sehr gut es kommen immer noch mehr deshalb müssen wir gehen gelange zum Ausgang ja ja wir sind gerade dabei ich schaff das schon Angriffsmanöver eingeleitet verdammt okay hier okay die können sich nicht viel bewegen das ist gut aber was hat das Kryptonit gebracht gut kümmern wir uns ums Wetter hier kommt das Chaos ja Puh wir haben's geschafft Leute ja alle weg wir haben tonnenweise von ihnen gegrillt Siegel der Freiheit und ein bisschen Geld aber gut hier Mysterion Mission trotz Problemen erfolgreich gute Arbeit Leute ich gratuliere dir du bist jetzt Mitglied der Freedom Pals begleite uns heute Abend auf die Mission zum Polizeirevier die Polizei kassiert Schmiergeld von Southpaks neuem Unterweltkönig das stimmt auf dem Revier können wir vielleicht rausfinden was hier gespielt wird willkommen im Team bis heute Nacht erzähl niemandem dass wir zum Polizeirevier gehen ok alter das war geil neuer Achtung Kuhnfreunde alle sofort zum Kuhnversteck wir wissen jetzt was die Freedom Pals wissen alle Kuhnfreunde zum Kuhnversteck super Arbeit Arschlott gut ich würde aber sagen das war's für diese Folge also liebe Leute bis zum nächsten Mal ciao ho 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 ho